Hallo und es geht weiter mit einer neuen Folge Resident Evil 7. Mit mir und Mario. Und Schießpulver. Eine Menge Schießpulver. Ja, es war die Mutternase. Ich habe es gerochen. Irgendwas habe ich gerochen. Ich dachte, du kannst das jetzt in meinem Leben oder so. Viel Spaß. Na, na, na. Ich muss ja noch Sachen weg machen. Ohne Scheiß. Guck mal, guck mal im Inventar. Das ist voll. Guck mal hier. Ja und? Was ist das? Psycho-Tonikum. Kannst du damit machen? Oder was soll? Nein, damit das kurzfristig die Sinne schafft, wodurch sie einfach einfacher aufklären können. Ah, zum Looten ist das wahrscheinlich gut. Ach, dann mal. Ungefähr sehr unprofessionell. Oh, es ist ein bisschen außerhalb der Kamera sieht gerade. Ja, habe ich nicht gesehen. Ähm, kannst du... Nein, ich kriegst du das auch selber belegen. Das ist die Frage, ne? Ich glaube, das ging nämlich gerade. Weil der hatte nämlich die... Psycho-Walty was gerade in der Hand gehabt und dann hat sich das auch so... Das war vier. Hier ruckelt es immer am meisten von mir. Der irgendwo da oben ist der Vater, ich saß dir. Und genau dann... Geh weiter. Der Typ kann echt nicht laufen, ne? Das ist irgendwie der sicherste Baum in dem Spiel bis jetzt. Ja, also erstmal alle Münzen. Kannst du alle da rüber packen. Was ist das? Und dieses Psycho-Kram eventuell auch mit rüber nehmen? Das brauchst du ja jetzt nicht. Das brauch ich nicht. So, ähm... Kannst du jetzt irgendwie... Ja, stimmt. Und dann kommt die... Die, die, die... Die eine dann... Psycho-Psycho-Psycho-Psycho-Otik, nehme ich lieber mal mit. Vielleicht... Brauchen wir das für irgendwas, so einen schweren Raum, oder? Ich nehme es lieber mit. Dann haben wir gleich den Slot frei, das können wir gleich noch verbrauchen zu. Hm... Kannst du mal eine Abzahlmittel draus machen? Ja, ich... Ja, ich speichere für den ab. Für... den Fall, ne? Hm... So... Ich hab das Gefühl, nicht gleich... Ähm... WHAT?! Ich geh über die Leiter, geh den ganzen Weg nochmal lang. Ach ne, warte mal... Wir kommen dann nur auf die anderen... Ja, kommst du nur auf... Ja... Scheißegal. Was? Ich hab irgendwie Angst. Safe Zone. Okay... Soll ich dir dein ganzes Haus... Und ich... wieder übers Esszimmer und so weiter da die Ecken rumzureißen... Die Frage ist, können wir den umbringen? Bis jetzt sah alles nicht danach aus. Also das stimmt gar nicht. Ob das sagt, ob wir dann irgendwie... fünf Minuten dann wieder Ruhe haben... Wenn wir über die Küche und so weiter hinzukommen... ...muss jetzt... ...nur zu wissen, wo der hängt... ...die Türen sind überall hin. Der wirklich netekt ist mild. Los, los, los... Gehst du was? Greif drauf! Ich dachte schon, ich versuche da irgendwie wegzugehen und nicht dass der da gleich durch die Tür reinkommt. Noch weiter mit dem Geheimkang da hinten. Da kommst du immer noch mit ran. Ich dachte, ob wir kurz hoch können, aber das wäre besser. Ich dachte, jetzt ruft noch mal einer an. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Chance verfallen, mit Zoe zu telefonieren. Aber hätte auch es wirklich eine Falle sein können, ne? Ja. Alter, jetzt läuft der Vater da überall rum. Den Vater, den gebe ich gar nicht. Wir waren noch nicht komplett da durch. Ich würde das für die Flüchtlinge haben, Tywin. Vielleicht ist das eh noch ein Kreis. Kann sein, dass du da eh automatisch hinkommst. Das sieht ja danach aus, ja. Das sieht sehr organisch aus. Was war da unten? Woah. Woah. Scheiße, Alter was. Ähm. Hhello. Was. Was? Alter! Da ist glaub ich nächstes was im Regal. Alter, ich werd da reingesaugt, ich sag's dir. Hier ist nix. Alter, das ist einfach durch den Boden durch, ne? Ja, der ist irgendwie weg. Alter, der Fall ist... Pruselig. Alter, was? Die kaputt machen die Kisten. Ach ja. Ah nein! Ich spiel mal... Ich spiel das immer so, klick und dann auswählen. Ach, es ist kom... Ja, du bist auf der anderen Seite von dem Haus. Warum hat der Dietrich nicht mehr? Ja, eh nicht wie der Dietrich nicht mehr. Keine Ahnung, es gibt... Es gibt den Dietrich immer nur für ein Schloss. Also ist quasi ein Schlüssel. Ja, hab ich da verarschen. Ja, hab ich da verarschen. Ja, hab ich da verarschen. Fuck! Alter, was ist das grade? Ne Kiste. Schön wär's jetzt, wenn du die Sachen in der Kiste siehst, die du reingepackt hast. Stimmt. Ja. Geil. Win. Das ist... Hey, das ist der Win! Der Woche. Das ist so, ich hab den Mütziger gefunden. Ach so. Nein, das ist... Das ist so... Scheiße. Liebe Kourtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Relias finden, die in den Kundegriff aussehen. Ich hab einen der Kräfte im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Ich finde den... Er ist der Schlüssel hier raus. Ach du Scheiße. Einen der Kräfte im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Keller. In den Keller. Ja. Oh. Oh. Alter, im Keller kommt bestimmt der Pfanne oder so. Oh Gott. Alter, ich will eine Schuhfitte haben. Oh nein. Ich krieg ein Messer. Weil ein Messer ist ja zu toll. Und eine Pistole, die Platzpatronen schießt. Alter. Ja, dann viel Spaß im Zerlegungsraum. Ja, wenn man da jetzt kommt. Wir werden da zerlegt, ey. Oh Gott, nein. Ich schwör, da kommen bestimmt gleich solche Zombies irgendwie raus. Ich hab schon das nervöse Jucken, ey. Wenn das Zombies sind, was auch immer das denn. Oh, super. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Haus? Alter, die müssen... Die wurden auch über... Die wurden auch verarscht, ey. Die wurden auch übers Kreuz geredet. Ich kann nur jedenfalls wissen, warum. Was mit denen überhaupt passiert ist. Geh weiter. Ey, ich sag dir, gleich kommt da einer von hinten. Das... Das... Da kommt... Da kommt... Kein... Da von hinten... Nein! Oh, 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 oh! Ah, fett, oh, oh! Was ist das? Ich hab hier noch gemeint. Vielleicht kannst du ihn nicht. Okay, warte, warte. Ich... Ähm... Ja. Ich hab hier bein, dann konntest du nicht. Okay. 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 Das ist turnt! Das ist turnt! Wer weiß. Vielleicht gibt's ja noch was anderes. Alter, wir fahren oben. Ich muss mich irgendwie beruhigen. Warte, warte, warte. Geh. Geh. Mein Gott. Ich sag, ich brauch mehr Munition. Ich hab nur noch ein Arzneimittel. Ja, aber... Hallo, hast du gesehen, wie viel ich grad verschossen hab? Ja, aber... Im Schreckmoment. Im Schreckmoment. Im Schreckmoment. Wie viel Munition hat der's gemacht? Ein... Ein... Zehn Schuss, ne? Okay. Okay. Die Frage ist, sind die jetzt vielmal weg? Nein! So schön auf den Kopf, ja. Sauber. War noch gut, seine Munition. Ich bin für die Säge, für die Säge! Was denn? Lukas, ich hab den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich hab ihn in den Verbrennungsofen ganz links gespürt, damit er sich wieder abhaut. Hol ihn. Außer wenn er fertig ist. Du weißt, ob jemand die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3a und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Okay. Alter was ist das? Okay. Warte mal. Das ändert mich nicht besser. Alter. Schon? Da wird bestimmt... Kommt gleich die anderen so entgegengesprungen. Das wieder schließen wir. Tamara? Sie sind mit der anderen so entgegengesprungen, die hier vorne auf der Liste standen. Ganz links hat er gesagt. Ja. Und da wird... Ah, und dann Druck. Sie wird das vielleicht nicht machen, aber... Okay. Was ist denn für den Handabdruck? Oh. Was geht jetzt weg? Also die Frage ist jetzt, die, die wir jetzt erledigt haben, kommen die irgendwie wieder wieder im Faller? Die sagen ja irgendwie anders aus. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber warum sieht die nicht so aus und... Warte, guck mal nach links. Ich dachte schon, die bilden sich die Körper. Aber okay. Machen wir nicht so langsam. Ja, geht jetzt rechts. Rechtskoppel. Ja, weiter. Was? Hör auf damit! Da ist nix hinter mir! Da ist nix hinter mir! Da ist nix hinter mir! Da ist nix! Na, geht doch noch nicht hin, ich weiß ja an der Tür. Da sieht ein kleiner aus. Ach, wirklich? Ach, du scheiß! Das sind was die Minuten, aber irgendwie 8 Minuten. Ja. Gerade ebenso auch, ich freue mich wieder zu spielen, ne? Ja. Ah, Moni! Ich weiß gar nicht so genau, was man da sagen soll, ne? Das ist nix. Das ist einfach so... ...verstört alles. Ab jetzt! Ich bin nur froh, dass ich... ...wieso noch ein Spiel... NEIN! Ja, aber nicht alleine spiele. Nein! Oh fuck! Nein! Eins! Nein! Zwei! Ah! Da neben... Haha, du! Opfer! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Schuss ungefähr so. Schuss, aber nicht alle hast du mir gekauft. Was war das? Was war das jetzt grad? Ich weiß nicht, ob auch das kommt. What?! Drei! Vier! Vier! Fünf! Sechs! Auf! Ja, ja, ich bin... Schatz stürzen! Okay! Oh! 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 Ich will jetzt... Ich will jetzt... Scheiß auf Kraut und Schwarz. Ich will jetzt die ganze Zeit diese organische Materialien haben. What?! Mit dem letzten Schuss! Also ich... Ich mach mal. Nenn mir Munition. Scheiß auf Medizin. Ich brauch Muni. AHA Was glaub du kannst? Nein, ich kann doch Achso Ich hab jetzt, ich hatte nur, äh, insgesamt Ich hab nur noch 18 Schuss Ich will nicht eine Schrotflitte haben NEIN! Lass Gott Na, als noch einer kommt, dann hast du ein Problem Geh in diesen Raum, der ist viel kleiner Ja What? Was willst du mit blocken? Fick dich mit blocken Ich muss ja irgendwie durch, ne? Ja Ja Da kam die weiter Die sind weg Mega hohes Gefühlen Da ist es passiert Die nach oben Ich hab das Gefühl, die können sich selber zerfalten und wieder erneuern zu können Oh Fick dich, mach rumspielen Das heißt, je mehr Munition bekommt desto mehr Gegner, ne? Ja Ah geil, das kommt Gornschlüsse, das hat mir echt gefehlt Das hat mir echt gefehlt Ich weiß auch Ich hab hier was nettes versteckt Findest wenn du kannst Warte Ich glaub das ist, äh, auch da oben wo die Filze ist In dem Raum Dietrich, yay Warum haben wir die nicht behalten? Und wo ist auch gar nichts mittel? Brauchen wir auch gar nichts mittel Und wozu? Das Schwarzbruch und Kraut bringt deine gar nichts alleine Und wir haben keine Medizin mehr Yay Ich mach Medizin, ja Was ist das denn? Ja Ich geh jetzt mal diesen Weg Ich geh da hin mit, wie sie um die Ecke Ich geh da hin mit, wie sie um die Ecke Was? Okay, da unten, das lag noch so Neon, was auch immer mit Süd-Psycho, ja Die Ecke Na komm Ich glaub ich auch gleich Auch wenn es ist, ist es drauf, ist aber auch egal Ich versuch was ist mehr Ja, muss doch mal da oben lang Ich kann eigentlich schon Warte mal, ich hab Ich kann ja machen was ich will die jetzt nicht da die wieder hoch haben skorpionsschlüssel ja geh nur hoch lauf 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 fick dich geh hoch renn ja ich finde es nicht heraus ich werde es nicht rauffinden wirklich zu feiern wenn er wenn der falle da war das skorpionsschlüssel ich bin scheinbar das ganze weg wieder zurück alter da ist das rabel zerschlagen erfolge da ist der ganze weg zurückgerannt ja da war da hinten war auch ein skorpion ja es gab zwei ja ich gehe lieber mal zu dem skorpion das sieht sich raus ja später wenn ich die flinte habe wenn ich die scheiß fucking vor und wild da habe du willst ja nur nicht selber durchgehen ich werde da gleich durchgehen ich denke wir haben nur noch drei ja dann beeil dich auch aber das war jetzt von der anderen seite ja ich hab dir gesagt hey zoe komm 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 schätzchen ruf mich an so fick dich zoe fick dich aber du meintest hier bei der flinte wäre irgendwie geh weg der vater ist da lauf lauf Kickel! Ich stehe da! Der Vater kann durch das Skorpioen Ding. Ist das dein scheiß Ernst? Danke! Wo können wir abspeichern? Der war doch raus zum abspeichern, ne? Wo war der auch zum abspeichern? War der drinne, war der drinne. Irgendwo dahinter. Ah ja! Nein, 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 nein. Fick, der, fick, der, fick, der, fick, der, fick, der, fick, der, fick, der! Fick, der, 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 fick. Fick euch! Safe rum, safe rum! Safe rum! Ich glaube, was... So, Schatzfoto. Brauchen wir die eigentlich jetzt noch? Wo willst du denn nicht weg? Ich weiß es nicht. Soll ich mich behalten, oder? Ja. Okay. Ich muss das Psychokar weg. Unten rechts in der Enke. Und wie willst du weg? Ja. Und nächstes Arzneimittel nicht auf dem Krieg starten, wäre doch sinnvoll, oder? Ich... Kontroll. Achso, ja, stimmt. Weiter weg. Ja, und dann tun wir dir ne Schroten und was weiß ich, was du noch nimmst. So, also, zwei Minuten sind rum? Nein! Doch! Nein! Alter, Mann! Ich will nicht! Ich will nicht! Alter, scheiße, also, das war jetzt echt... Bis jetzt fand ich für mich die schrecklichste Folge, ey. Okay, jetzt muss ich da weitermachen. Ja! Okay. Puh, okay. Leute, viel Spaß! Guckt auch auf seinem Kanal, da kommt jetzt die nächste Folge und die Folge davor, und die Folge davor war dann meine und, ne? Immer noch abwechselnd waren. Ihr müsst das ja langsam mal kennen das Prinzip, ne? Außer ihr habt es richtig zugeschaltet. Ja, jedenfalls. See you later! Ciao! Bis zum nächsten Mal.